Das Literaturbüro Lüneburg wurde 1993 gegründet. Wir sind eins der sechs Literaturhäuser, die vom Land Niedersachsen gefördert werden. Wir haben ein Veranstaltungsprogramm mit deutschsprachigen und internationalen Autorinnen und Autoren, das weit über den Landkreis hinaus strahlen. Ich begrüße Sie herzlich im Namen des Literaturbüros Lüneburg. Zusammen staunen wir über die Schönheit der Welt, bestrecken uns, träumen einander zu, entfalten fantastische Geschichten. Wir sind hier im Heinrich-Heine-Haus. Das Literaturbüro Lüneburg hat seine Büro- und Veranstaltungsräume im wunderschönen historischen Gebäude, das 1565 erbaut wurde, ganz zentral gelegen, direkt am Marktplatz neben dem Rathaus. Wir veranstalten in verschiedenen Reihen, zum Beispiel die Reihe Ausgewählt, in der wir ganz verschiedene Sparten der Literatur vorstellen, also auch Biografien, Graphic Novel, Essays. Dann gibt es die Reihe Grenzenlos mit internationaler Literatur. Und wir haben auch eine Sachbuchreihe mit dem Titel Was uns bewegt? zu Themen, die gesellschaftlich relevant sind. Und heute Abend geht es um eine kurze Geschichte der Nachhaltigkeit. Es gibt verschiedene Kooperationen, unter anderem mit der Leuphaner Universität Lüneburg, die Heinrich-Heine-Gastdozentur oder auch die Lesereihe Literatur Nord, zu der ein Begleitseminar angeboten wird. Und es gibt die Auszeichnung Ehrengast im Heinrich-Heine-Haus. Bedeutende deutschsprachige Autorinnen und Autoren werden vom Literarischen Beirat benannt und kommen zu einer Veranstaltung dann nach Lüneburg. Darunter zum Beispiel Hertha Müller oder Navid Kermani, Ingo Schulze. Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt ist das Kinder- und Jugendprogramm, das junge Literaturbüro Lüneburg. Heute habe ich euch Kai Panen aus Hamburg mitgebracht. Das ist ein Autor und Illustrator. Ich antworte 5.606.726. Herr Lemke tippt auf seinem Taschenrechner herum und springt aufgeregt hin und her. Wahnsinn, so was kann doch kein Mensch im Kopf ausrechnen. Da bieten wir Kreativworkshops, Lesungen oder auch Philosophieren mit Kindern an und gehen damit direkt in die Schulen, um wirklich alle Kinder und Jugendlichen zu erreichen. Das geht schon in der Kita los und bis in die Oberstufe. Diese Veranstaltungen stärken auch den Klassenzusammenhalt und damit sind wir in Lüneburg unterwegs, aber natürlich auch im Landkreis. Dieses Knäuel rollt hin und her wie ein Wollknäuel, mit dem eine Katze spielt. Zwischen den Knäueln hört ihr Schreien. Nein, meins! Nein, meins! Ich habe ja noch gar nichts beim Jubiläum erzählt, weil Markus Orts ist natürlich einer der Autoren sein. Die kommen von den ehemaligen Stipendiaten. Den literarischen Nachwuchs fördern wir über das Heinrich-Heine-Stipendium, das vom Land Niedersachsen zusammen mit der Hansestadt Lüneburg vergeben wird. Deutschsprachige Autorinnen und Autoren können sich bewerben, die schon mindestens ein Buch veröffentlicht haben. Das Stipendium ist verbunden mit einem Aufenthalt in Lüneburg über drei Monate und das Land Niedersachsen vergibt ein Stipendiumsgeld in dieser Zeit. контрtätieren! Tänke, Libr lakh! Mit Mal tui, die die synergy, die beiden Stellen ar99 vergeben werden kann, aber die Kaffee interior wird ver 뭐야. Reihenfolge auf das Land Vielen Dank.